Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit mir ist der Gentleman. Wir sind gerade dabei, um uns hier ein bisschen weiter zu fahren. So, damit werden wir in Abschnitt gehen. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Brauchstiere. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tch, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Was für ein mäkiges Erfangskumitee! Die weniger wird gewössert. Was? Abschauen! Halecke! Der Fall ist geschwäst! Ich bin mein Einsatz! Halecke! Wir bringen jetzt hinter uns! Lade, entlang! Bin mal umwarten! Lassen Sie auf! Nur! Dada! 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 Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwär mich jedenfalls nicht. Was solltest du mal tun? Es wird heißen, dass hier... Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind das die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Makro, das schon mal anbaut. Das war's für heute. Alles okay, Cloud? Ja. Ha! Hast wohl auf die Materia geschielt, was? So nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht sind wir ja auch den Weg zu dieser Materia, heheheh. Das hat sich gut gemacht, aber ich weiß nicht, was? Ich weiß nicht, was? Ja! 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 Tschüss! Alles okay! Tschüss! Achtung! Was ein Gamer! Ich bin super! Zwisch! Ja! Das tut mir ging selbst! Es geht nicht um. Ja! Ich líder nicht! Ich bin ich in einem anderen Abbruch. Auf. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinlässt. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Dann nehmen wir gleich die Treppe wieder nach oben. Lass uns noch mal den Weg überprüfen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug schiebt und füllt die Slums. Kann ich schaffen. Es geht aus. Keine Chance. Beziehung. Komm nicht. Seid's was, da wohl. Komm nicht. Das ist jetzt ein bisschen weitergeführt. Oh, seht mal. Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ich hab keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runtergucken. Na, jetzt hab ich runtergeguckt. Könnte sein, dass Barrett Röhnangst hat? Junge, Junge! Bei dem Dröhn wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett! Guckt nach vorn und lauf! Äh, ja. Mir nach, Leute! Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja! Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Ist das etwa? Wie? Lenk mich nicht ab, Mann! Ich muss schließlich nach vorne gucken! Hm. Und was? Irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Schatten der Slums von sich gegeben hat. Tja. Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Jetzt wird aufgerollt. Das ist die lui-bar-kranzte. Du bist mit Shinra überhaupt nicht. Du bist mit Shinra überhaupt nicht. Das ist die jahrelang. Das ist die jahrelang. Ja. Das ist die jahrelang. Was ist das? Hey! Warnung, Stromversorgung unzureichend. Wenn wir den ausmachen, sollte es gehen. Da, der Schalter. Na dann, Licht aus. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung, Abwehrsystem wird hochgefahren. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Jetzt sind wir auch schon im Vorfeld. Bevor wir den Strom angeschwächt haben, dass wir verschrotten können. Unbefug der Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Mittelstrecken-Geschütze. Ein klarer Fall für Meiden-Einsatz also. Das ist ein klarer Fall. Das ist ein klarer Fall. Das ist ein klarer Fall. Das ist dein letztes Gebet. Das war ein gutes Training. Das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Toll! Muss unser Glückstag sein. Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück ist es immer wenigstens schwer zu übersehen. Ha, leppisch. Wenn du das nicht schaffst, lachen wir so. Wie schmeckt dir das? Hütt, hütt, hütt! Jetzt! Ah ja! Was ist das? Auf bloß man sich! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, so kannst du dir dein Geld abschalten! An die Arbeit! Jetzt hab ich hier das an! Alleine schaff ich das nicht! Ich seh' nicht! Los! Zwecklos! Übernimm mal! Ich mach's das! Jetzt! Mein Einsatz! Bezieh uns nicht weiter! Jetzt! Shit! Genug! Geh! Verzeh' dich! Ich muss nicht schlappen! Was? 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 Komm! Das war's! Kalt wie eine Maschine! Biese, die sind gar nicht mal nett! Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das glaube ich. Nächster Strahler ist aus. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Was hört ihr denn? Der scheint jetzt zu gehen. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne. Die Hechte. Schöneres, dreckige Technologie ist kein Ersatz. Unbefuglicher Zieltritt. Verteidigungsmodus wird eingreifen. Bis hier und nicht weiter. Mich haut das Licht auf. Wer es nicht hilft? Keine Chance. Es ist aus. Das sollte reichen. Ich bin bereit. Genug. Es ist aus. So. Jetzt kommen wir uns mal ein klein bisschen. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen. Wo ist der letzte Strahler? Wenn du rausfst. Vorher. Wir sehen uns beim Arme. Morgen. Im Kreis. Ich weiß nicht, dass du rauskriegst. Wir sehen uns beim Sparen. Päumatchen. Okay. Und dann leuchtet es auf jeden Fall schön. Wir haben ja keine Wegmarkierungen. Und Jessie und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin also. Ein Ausflug ist schön. Und ich muss Bichảo die ein Ausflug ist. Dachtest. Jetzt sage ich euch um eine Besten Seite. Keine Schock. Abbrechen! Appendit! Das war's für heute. Wie schmeckt ihr jetzt? Neuer Versuch. Nur kein Überhang. Volle Konzentration. Der Weg ist eine Art. Niemand hat den Weg gehört. Niemand hat den Weg gehört. WELCH! Gute. das hätte ich auch allein geschafft ja klar alles gute kommt von oben so der Strache ist weg und dann und der Lugstick Es gibt einen Topf in der Tür. Wir müssen die Stege hier so platzieren dass wir zum strahler kommen kurzen prozess ich bin hier 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 genug weiter geht's hier und hier 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 So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jesses Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Schindra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Vetch eingesprungen, Cloud. Das ist wahrscheinlich noch ganz viel unerwartet, das wird nicht erwartet. Wo treffen wir uns denn mit Vex? Am Durchgang zum Makro-Reaktor. Vex meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Ich glaube nicht, dass es hier zum Hauptlift geht. Ich möchte nur erst noch einmal nach die Trüben fahren. Wo geht es hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel! Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Die Steuerung für die Lüfter? Er hat angehalten? Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nichts langfristig. Ich habe es hier in die Schüthere. Nichts langfristig. Ich kann es nicht platzieren, wenn man die Schüttelassen discursero this. Ich bin ja schon wieder auf. Ich habe es hier in den Wartungsmodus des Vorausses eingebaut. Jetzt habe ich hier in eine Schüttelung für die Eskunde gelernt. In der Wartungsmodus des Ventilationssystems gebildet bin. Es ist schon immer wieder high-von entlang im Wartungsmodus. So wird das nichts. Mein Einsatz. Jetzt nicht schlechter. Jetzt nicht schlechter. Hier. Geht los. Geht los. Geht los. Geht los. Achtung. Identifizierung ist leer geschlagen. Autorisierungsanfrage wurde nicht verstetigt. Ventilation zu gehen und reaktiviert. Das tut wir. Das ist nützloser als ein Sack von Lärm bin. Hey, alles okay? Ich mach's wieder gut. Nur bist am Zug. Übernachst du mir. Schein einsam. Zieh dich zurück. Verzieh! Ach, nein, noch was. Die waren deutlich größer. Ventilationssystem derzeit in Betrieb. Entsperrung nicht möglich. Ich hoffe, wir sind hier. Dann könnte ich auch noch bedankt. Das ist auch gut sein. Das ist mal. Oh, come on. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Wir sind ziemlich unterfordert. Ich auch. Und? Keine Kommen. Anziehen. Abschauen. Nachschlag. Genug. Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Also dann. Hallo? Eine Beschwörer Materia? Wunderschön. Frag mich, was da für eine Sper drinsteckt. Ich auch. Und kommt sie Chocobo, äh, Chocobo, Chocobo und Mogri. Aber kurz, äh, Zwischenrast. Rast. Pfff... Pfff... Okay. So, und in dieser Stelle werde ich nochmal einen Cut.